Thema des Tages scheinen die Währungen zu sein, insbesondere Euro gegen US-Dollar. Hier auf Finanzmarktwelt.de sowieso ein Thema schlechthin und mit Sicherheit spannend, denn die Bewegungen sind sehr, naja, durchaus ausgeprägt. Auch im kurzfristigen Bereich, ich will es nur mal ganz kurz andeuten, für diejenigen, die heute Abend noch mal aktiv werden, steile Bewegungen hoch, runter, hoch, runter. Das heißt, der Markt scheint sich hier noch nicht so richtig einig zu sein, auch wenn wir sagen können, insgesamt ist das schon der Start für die nächste Aufwärtsbewegung. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber es gibt Chancen dafür, dass der Markt dreht und das ist sicherlich auf jeden Fall mal ein Hingucker. Aber darauf will ich gar nicht so sehr einsteigen, sondern ich will noch mal ein bisschen den Blick auf das, was wir vielleicht noch für den Abend zu erwarten haben oder eben für die nächsten Tage. Denn erstmal der Blick auf die Techies, der Nasdaq 100, ist da ja ein Klassiker. Dafür hier jetzt mal als Feature abgebildet. Und dann sehen wir die sehr scharfe Explosion nach oben. Das ist im Stundenchart hier. Da sehen wir, dass wir eine sehr, sehr heftige Bewegung nach oben hatten. Und das macht Mut auf mehr. Aber damit steht dieser Markt mehr oder weniger alleine da. Denn wenn wir das vergleichen mit anderen Titeln, dann sehen wir zum Beispiel mit dem Dow Jones, um mal die Blutchips zu nehmen beispielsweise, dann sehen wir, dass der Markt da weitaus weniger tapfer unterwegs ist, sondern im Gegenteil schon wieder da halbwegs die Abwärtsseite mit ans Laufen gebracht hat. Also nicht so wirkliche Einigkeit, was die Indizes angeht. Wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Ich finde im Moment den Nasdaq ein sehr schönes Beispiel. Deshalb will ich ruhig noch mal auf den verweisen. Wenn wir hier, und dafür spricht durchaus einiges, wenn wir hier die nächste Erholung, die nächste Pausenphase haben, also der Markt ein bisschen zurückkommt und das idealerweise nicht genauso steil. Also was ich nicht so sexy finde, um zu handeln, ist so eine Bewegung. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, aber das ist doch gerade toll, weil der Markt so schön läuft. Das ist richtig. Es ist aber sehr schwer, das vorherzusehen und da einen sinnvollen Einstieg zu kriegen. Was ich sehr schön finde, deshalb ein tolles Beispiel hier im 5-Minuten-Chart, so eine Bewegung, tapfer Schub nach oben und dann wackelig nach unten, dann auf die Aufwärtsseite mit aufzuspringen. Das klingt für mich einfacher, plausibler. Wir haben eine bessere Möglichkeit, hier mit Stops umzugehen. Wir haben eine bessere Möglichkeit, hier Einstiege zu finden. Und genau das, im Prinzip den Teil, den wir hier haben, das könnte das Teilstück vom Nasdaq sein. Und das ist die Korrektur, die wir hier noch zu erwarten haben. Also, das ist das, worauf ich jetzt hoffe. Vielleicht heute Abend noch hier oder die nächsten Tage. Also in diesem Chart jetzt hier erstmal für die nächsten Tage, denn das ist Stundenchart. Also für die, die für diese Woche noch was suchen. Sobald der Kurs hier mal so ein Ding, ich lasse es mal ruhig parallel hier, so eine Phase hier anschließt, dann hätten wir ein wunderschönes Niveau, um dann nochmal günstiger einerseits, aber auch mit dem Hinweis, welches die Hauptbewegungsrichtung ist, da nochmal einzusteigen. Das muss nicht passieren. Es ist nicht Pflicht, dass der Kurs das macht. Ich habe es ja hier schon gesagt, dass der Kurs durchaus sowas kann. Aber wenn er diese Abwechslung anbietet und das in diesem Markt, dann haben wir da viele, viele schöne Punkte zu erwarten, die wir da mitnehmen können. Gucken wir nochmal auf den DAX, wie es der bei dem aussieht. Für den Abendhandel beispielsweise kann man da nochmal gucken, wie sieht es denn mal im ganz kurzfristigen Bild aus. Und wenn ich mir das mal angucke, hier zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, da ist natürlich immer noch die Abwärtsrichtung dominierend, aber wir sehen schon relativ heftig nach unten unterwegs. Und wenn wir hier jetzt vielleicht auch so ein bisschen mal die Aufwärtsbewegung wackelig hier mitbekommen, das wäre eigentlich eine geschickte Geschichte, um da nochmal reinzukommen. Ich muss da hier nochmal eben auf Load drücken, glaube ich. Da habe ich noch ein paar Daten nicht drin gehabt jetzt hier. So, also hier sehen wir, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben, nach dieser Abwärtsbewegung, dass wir dann noch ein bisschen mehr Schwung nach unten haben, was sich ja auch im Moment beim Dow Jones abbildet. So, für die ganz kurzfristig Orientierten allerdings die nächste Chance schon wieder anbei, nämlich Schub hoch, wackelig runter. Das ist zwar ein sehr kurzfristiges Bild und sicherlich zu spät für dieses Video, aber um das Auge ein bisschen zu schulen, wir sehen, das ist das gleiche Prinzip wieder. Was ist die Schubrichtung? Immer gucken, was die Schubrichtungen sind, so wie hier vorne zum Beispiel diese Abwärtsseite. Was ist die wackelige Richtung? Erste Frage, geht das aufwärts oder abwärts? Na wohl eher aufwärts. Ist das wackelig? Jawohl. Ist das weniger steil als die Abwärtsrichtung? Jawohl. Dann wissen wir, in welche Richtung wir uns eher orientieren. Und das Gleiche ist das, was wir hier für heute Abend vielleicht nochmal zu erwarten haben. Das ist natürlich jetzt nur ein exemplarisches Schaubeispiel, was wir hier dann bringen. Aber wenn das Ganze zum Beispiel beim S&P, zum Beispiel beim Dow Jones und wie gesagt hier beim Nasdaq nochmal auf welcher Zeit eben auch immer dann kommt, dann hätte man da eine sinnvolle Möglichkeit. So, das war jetzt ein bisschen Theorie, aber am praktischen Chart. Ich hoffe, dass Sie sowohl Spaß als auch Nutzen davon haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Gute.